Hallo. Hallo. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich mein nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich bringe es wieder hier. Ich versprich's. Hey. Los, komm. Lass uns hier abhangen. Lass uns hier abhangen. Wenn du so scharf auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Prost. Es tut mir leid. Also, es tut mir leid. Oh, komm. Also, es tut mir leid. Neue, ich bin leid. Wir sind zu. Ich bin leid. Noch nicht mal laut. Doch, komm. Die ist trinchen. Ich bin leid. Ich bin leid. Untertitelung des ZDF, 2020